UNTERTITELUNG Ist das alles? Ein Herz. Das sieht doch aus... wie ein Herz. Ein Herz? Ja. Und was heißt das? Du hättest Profi werden sollen. Aber darüber konntest du nicht. Was willst du? Und die Szenen wollen. Sie ist nur Vater. Hast du ja nicht? Ich hab eine Enkel mit. Hallo. Hallo. Lass mich doch ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Ich bin bereit. Ich denk drüber noch. Ich bin Boxer Marlene. Ich bin immer gewesen. Und wenn das mein letzter Kampf sein soll, dann ist das so. Ich bin also weg. Ich bin eigentlich langsamchiss. Ich bin immer über die Anzahl meditate. Whatever. Vorjubben schritt mir automatisch.